Untertitelung des ZDF, 2020 Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, hier hinter der Front. Sondereinsatz. Vollmacht vom Führer selbst. Waffen runter. Auf, auf, auf! Wie war gleich der Name? Herold. Hauptmann Willi Herold. Bleibt gerade Herold, antreten! Was ist eigentlich der Auftrag? Mit Klarheit verschaffen von der Lage hinter der Front. Darüber kann ich Ihnen Klarheit verschaffen. Lieber Herr Hauptmann? Bei Plünderung. Kann es auch noch machen. Können die Gefangenen ja schon mal verhören. Hast du gestohlen? Geplündert? Hast du nicht gehört, was der Hauptmann mich gefragt hat? Auf die Leibgarde Herold! Auf die Leibgarde Herold! Gemeinsam ist man stark!